Endlich wieder Energie. Die Systeme des Rechenzentrums sind bereits hochgefahren. Ich starte den Transfer des Datenprotokolls. Okay. Laut diesen Aufzeichnungen wurde das Uran tatsächlich auf Fathers Schiffe verlagert. Informieren Sie Rufus Thorne. Ich versuche herauszufinden, was Farber damit vorhat. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Jetzt müssen wir uns anscheinend mit dem Thorne unterhalten. Beweise vorlegen. Sie haben tatsächlich einen Beweis, dass Farber etwas im Schilder führt? Uran-Diebstahl, sagen Sie? Das ist natürlich kein Kavaliersdelikt. Na, wunderbar. Andererseits rechtfertigt es keinen Großansatz. Vollidiot. Ich kann das höchstens als Versicherungsfall geltend machen. Dann halt nicht. Wir wissen von Fathers Uran-Diebstahl. Sich auszurechnen, dass er weitere Städte angreifen wird, ist nicht schwer. Wir müssen Beweise dafür finden. Na, wunderbar. Global Trust hat eine kleine Flotte ganz in der Nähe. Wenn es Sie beruhigt, kann ich Sie hier beordern. Aber Sie übernehmen die Kavaliersdelikt. Ja, wunderbar. Wie würden Sie gefordert in Wands of Thorns Arche? Ja, das können wir eindeutig gut brauchen. Bauzahlen, Eisen, Uran. Ja, passt ja irgendwie, oder? Aber ich bräuchte hier auf diesem Ding noch ein Kraftwerk. Aber da das nicht unbedingt was bringt bei minus 6 Energiebilanz, ist das nicht so sinnvoll. Ähm, produziert hier eigentlich noch Uran hier? Mal kurz beenden hier. Dass da reines Uran zu uns kommt. Ich möchte nämlich... Naja, eventuell wäre es auch recht sinnvoll, sein Konto an das System anzuschließen. Mal mit der Schnellstraße. Blub, 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 und... Ups. So, blub. Das wäre eventuell wirklich eine sinnvolle Aktion. Dann können wir auch das wieder einschalten. Denn jetzt dürften die ja das Uran abholen. Da hoffe ich jetzt einfach mal. Hallo. Sollte ich nichts abholen? Oder holen die es denn tatsächlich nur die? Kann doch nicht sein. Ich hab doch da Uran. Warum holt das niemand? Hallo? Hä? Ich krieg's nicht. Ich brauch... Das holt keiner irgendwie. Warum? Ich glaub das Gott nicht. Warum holen die das nicht? Bin ich jetzt irgendwie doof oder so? Ne, man, wir wollen eh keinen bauen. Ups. Aber das kann doch eigentlich nichts ausmachen, oder? Die müssten doch das holen. Das ist mir grad ein Rätsel, warum die das nicht holen. Kann ich hier von dem Uran kaufen, vielleicht? Das ist mir nicht geheuer. Warum kann ich das nicht tun? Die produzieren doch Uran. Warum kann ich die... Warum wird das nicht abgeholt? Da ist da irgendwie die Abholung gesperrt. Ich check das jetzt nicht. Stopp mal, dann lassen wir wieder anfahren. Ich check das nicht. Warum wird das nicht abgeholt? Steuernamen ist ja klar. Konto ausbauen. Bauen wir doch mal aus. Oder aber immer noch nichts. Sehr solltsam. Den können wir auch mal ausbauen. Dass das hier nicht so klein aussieht, sieht doch gleich besser aus. Aber irgendwie kann ich immer noch keinen Uran produzieren. Ich weiß nicht warum. Ich lasse jetzt das mal wieder anlaufen hier, aber keine Ahnung, warum die das Uran nicht holen. Also die holen das Uran, aber da wird auch nichts abgeholt davon. Komisch. Kann ich hier nicht irgendwie ein kleines Mini-Kraftwerk produzieren oder so? Mehrere Stunden muss auf der Kölf gehen. Nichts. Muss unter Wasser gebaut werden. Hm. Puh. Ich bin jetzt irgendwie ratlos. Weil ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie was machen dagegen, oder? Weil das bringt mir ja gar nichts, weil das produziert ja ewig Energie. 60, das braucht kein Mensch. Was kostet das eigentlich im Unterhalt? 15. Ne, minus 10 Unterhalt. Das ist eigentlich gar nicht so teuer. Aber es rentiert sich nicht. Aber warum das die da nichts abholen, ist mir echt ein Rätsel. Ich liefere mal die zwei Tonnen wieder hier ran. Bringt aber auch nichts. Die holen das nicht ab. Ist das ein Bug? Ich muss auch irgendwie... Ach, ich kann da jetzt irgendwo da hinfahren und dann schauen, was Vater plant. Ah ja, dann fahren wir doch mal da hin. Dann schauen, was rauskommt dabei. Das scheint ein verlassener Posten von Global Trust zu sein. Da sind Einheiten von Vater. Aber mit friedlichen Mitteln ist hier offenbar nichts zu erreichen. Oh. Weg, 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 weg. Registriere kriegerische Aktivitäten. Lade Standardprotokoll. Kommandoschiffe. Was 98 für Kriegsfälle. Greif vorn. Du hast es nur mit einem zu tun. Dann wirklich zum Thema. Du stirbst jetzt aber nicht, oder? Weiß er doch. Weiß er. Okay, das schafft es, glaube ich, nicht mehr. Jupp, das schafft es nicht mehr. Klasse. Muss ich ein neues Kommandoschiff... Kommandoschiff. Na, super. Das kostet jetzt produziert zu werden. 2.500. Ja, super. Das ist ja doch billiger. Na, ja, klasse. Super, ich habe jetzt auch kein Schiff. Das ist jetzt irgendwie doof. Setzen Sie die Scout-Drohne in unmittelbarer Nähe des Postes bei. Aha. Was sind Einheiten von Vater? Hier sind Raketenteile. Rüstungsbetrieb. Und das läuft. Oh, oh. Ach, hier sind Verteidigungsanlagen. Auch noch eine Rakete. Oh, oh. Ich befürchte nichts Gutes. Und wie sollen wir bitte da irgendwo in den Kontor setzen? Das geht doch gar nicht. Das ist ja nirgends eine Küste. Undültige Aktion. Revidieren Sie. Nein. Ach, komm. Ist jetzt irgendwie doof. Ich kann momentan nichts machen ohne Schiff. Und die holen nichts ab. Oder wird das direkt zu denen hier geliefert? Das kann natürlich auch sein. Dass das irgendwie direkt darüber geliefert wird. Ne, jetzt wird, das wird abgeholt. Aber das nicht. Warum? Ich check's nicht. Ich check das wirklich nicht. Das ist mir ein Rätsel jetzt. Ich brauche unbedingt Geld, dass ich mir ein Kommandoschiff leisten kann. Tja, Pech. Tja, also jetzt gerade ein bisschen langweilig, weil wir auf 2500 Geld warten müssen. Aber naja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich gerade treiben soll, weil, ja. Ich muss ja drauf warten, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich wiederhole mich auch schon wieder dreimal heute. So, 2500. Kommandoschiff. Was? Kommandoschiff. Geht doch. Ne, 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 ne. Schneller, Ladewolken. Schneller. So, und jetzt haben wir auch gleich wieder ein Kommandoschiff. Wenigstens was? Registriere neues Fahrzeug. Jupp. Die Frage ist jetzt immer noch, warum wird da kein Uran angeliefert? Ich muss das jetzt nochmal stilllegen und dann mal schauen, was rauskommt. Achtung, Produktionsstillstand. Wir produzieren doch, aber wohin verschwindet das? Kann doch nicht sein. Ich kann doch von dem auch kein Uran kaufen, oder? Das ist mir nicht geheuer. Verkauftwerkzeug, das bringt mir gar nichts. Da ist ein Uranbauplatz. Äh, wö, 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 Uranbauplatz. Da ist ein Atomkraftwerk. Da können wir auch Uran abbauen. Aha. Aber wie? Weil das wird ja nicht geliefert. Warum? Ich frage mich das jetzt wirklich, wenn das einer weiß. Kann ich mir das gerne sagen, weil ohne Uran bringt mir das genau gar nichts. Ich kann das auch nirgends anders kaufen. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Hier nicht. Ich hier höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber das sind Fischereien. Nö, hier kann ich nichts kaufen. Schön, nicht zu sehen. Der auch nicht. Hätte mich auch gewundert. Wenn, dann höchstens beim Zorn. Aber der hat ja nichts im Angebot. Die Firma erwartet Ergebnisse. Gourmet-Minus. Ah, ja. Was hat der? Keine Energie. Ja, super. Reduziert auf 93%. Das ist mir auch egal. Wie schaut es hier mit der Energie aus? Mit der Produktivität 56%. Wenn wir nicht sofort erlaubt. Aber die müssten ja trotzdem produzieren. Also die... Ich weiß nicht, wo das Uran hinkommt. Wahrscheinlich da unten. Kann es sein, dass das gar nicht unsere Minen sind? Aber eigentlich auch schon. Ich baue jetzt hier mal irgendwo... Wo war die Uran-Mine noch? Bei Techs, glaube ich. Ich baue jetzt hier mal noch eine Uran-Mine. Wenn ich sie denn finden würde. Ist sie bei Tycoons? Uran-Zeugs? Hallo? Kann ich das nicht einfach... Kann ich da keine bauen? Was ist das? Kunststoffe. Aha. Kann ich die nicht bauen? Das nervt mich gerade irgendwie. Kerosin bringt mir nichts. Also irgendwie... Kann ich das nicht bauen, scheinbar. Ist ja doof. Eine Flak braucht nicht. Fracht. Ah ja, okay. Bringt mir auch nichts. Ich kann ja das auch gar nicht bauen. Sekunde, ich setze mich mal kurz anders hin. Aber ich kann das ja auch nicht bauen irgendwie. So wie es scheint. Das ist ja total doof. Wie soll ich da bitte an 10 Tonnen Uran kommen? Ich hasse solche undurchsichtigen Missionen. Kann ich die nicht irgendwelche zum Abholen schicken oder so? Gibt es da keine Sofortabholung? Scheinbar ja nicht. Ich kann das nicht abholen lassen, aber... Ich hasse solche Missionen wirklich. Das wird scheinbar direkt an diese andere Ding geliefert. Und ich kann das irgendwie nicht abfangen. Also wie soll ich da an 10 Tonnen Uran kommen, wenn ich keine Uran-Minien bauen kann? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich fahre jetzt erstmal die anderen zwei Inseln noch ab. Aber ich bräuchte, glaube ich, die Flotte von Ding. Vom Rufus. Dass ich da irgendwie was reißen kann. Fahre wir nochmal hier rauf. Was ist das? Da kann ich das irgendwie verfolgen. Das Schiff. Äh, sorry. War nicht geplant. Kann ich das nicht irgendwie verfolgen? Atelier, Aktionsmodus, defensives Kampfwein. Irgendwie nichts. Naja, verfolgen kann ich scheinbar nicht. Ja, müssen wir es auch manuell verfolgen. Wie soll ich jetzt an 10 Tonnen Uran kommen, bitte? Oh, gebrenzt. Vielleicht auch nichts. Ist hier auch eine Verteidigung auf dieser Insel? Oder was ist auch immer... Nein. Gleich müssten wir an einem Stützpunkt der Eden Initiative vorbeikommen. Moment. Da stimmt doch etwas nicht. Sollten wir vielleicht nachsehen? Ich bin squirt. Da gibt es nicht nur mit einem Stützpunkt. Dann können wir es einen Stützpunkt setzen.